Nein, ich wollte die doch nur weg, Loklo... Ja, herzlich willkommen zu diesem... Ich verkack das Let's Play und ja, naja, egal. Ist ja nicht so schlimm, soll ja nur ein bisschen Spaß machen und ich hoffe ihr habt Spaß beim Zugucken, wie ich hier einen Fail nach dem anderen hinlege, also da. Okay, ich muss die... Tor losmachen. Tor losmachen, wieder hoch, oder? Diesmal gehe ich von der Seite rein. Ha! Dumme Grütze. Ich hoffe, das Tor bleibt offen. Müsste mich jetzt eigentlich und so weiter. So, jetzt versuchen wir es. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, klappt es nicht. Dann haben wir verkackt. Okay, die kriegt uns. Hm. Jo. Ähm. Ich glaube, der Trick war schon gar nicht so schlecht. Aber schlecht ausgeführt. Deswegen, wir machen es jetzt nochmal. Ich glaube, der... Die Idee ist gut. Boah. So, jetzt locken wir die mal hier rüber. Das haben wir ja vorhin schon mal gemacht, aber noch nicht so richtig gut ausgeführt. Ich hoffe, das reicht. So. Jo. Jetzt runter zu diesem dummen Schalter. Und... Na, 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 na. Ah. Sehr schön. Gut. So soll es sein. Luft. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier gelandet sind. Okay, hier ist nichts. Gucken wir mal unter Wasser. Ach, da geht's weiter. Gut. Hauptsache, die Ische ist weg. Okay, da ist sie wieder. Hallo? Ich trete dich, ich trete dich. Ich trete dich. Wieso killt die mich noch nicht? Hm? Bin ich jetzt tot oder rettet? Hä? Hä? Was? Die hat aber lange gebraucht dafür, oder? Und die Sequenz geht so weiter? Habe ich sie jetzt gekillt? Hä? Wää? Also irgendwas muss ja jetzt hier sein, ne? Ich meine, das... Kann ich mich bewegen? Nein. Die Fischchen fressen mich jetzt. Ich bin Fischfutter. Ich sinke. Ich bin tot, oder? Was ist denn mit mir? Hä? Hä? Wieso lebe ich? Bin ich jetzt irgendwie ein Fisch geworden, oder was? Ich bin ein Fisch. Ich kann jetzt unter Wasser... Kann ich unter Wasser atmen? Was ist denn das für eine schräge Kacke hier? Was ist das für ein schräges Spiel? Was ist das für ein schräges Spiel? Was ist das für ein Schräges Spiel? Irgendwie ist das... Es ist echt schräg. Also, mir fällt echt kein anderes Wort ein. Also, es ist einfach echt schräg. Und diese Fischchen da alle hinter mir her, ne? Und wir haben schon ewig nicht mehr so eine Kugel gesehen, die wir... Naja, also wir sind wahrscheinlich... Ich bin so schlecht. Naja, okay. Was ist hier los? Boah, mega cool, wie das aussieht hier. Also, ich bin schon echt geflasht gerade, ne? Muss ich ja mal sagen. Ich bin schon echt... Ich bin schon echt... Ich bin schon echt... Ich habe gerade noch gesagt, es ist eine dumme Kugel, ne? Aber die ist... Aber die ist... Tja... Ich bin mir gerade nicht sicher, wo und wie es hier weitergeht. Okay. 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 Das sollte man nicht tun. Ähm... Ja. Okidoki. Also... Also... Wir... Müssen uns irgendwie nochmal neu sammeln. Los Angeles... Ja. 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 Oh. Ja. Jäuble. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir halten uns hier ein bisschen länger auf als normal, aber das kennt ihr ja schon Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt kann ich testen, ob ich da hochkomme. Wow. Mensch, normal. Meine Hände schwitzen hier, ne? Also, sorry, wenn ich sowas erzähle hier, aber... Ne? Also... So. Noch diesen... Hapun-Typen. Oh Gott. Hä? Ach ja. Wieder ein Rätsel für den Smeagol. Hallo, Rätsel. Ja. Okay, so viel zum Rätsel. Also, wir haben hier solche Kisten. Da oben ist... Moment. Da oben ist... Hä? Hä? Das sieht aus wie Wasser da oben. Hä? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir gehen jetzt erst mal hier unten gucken. So, Fischis, hallo. Gucken wir erst mal hier unten, was hier ist. Hm. Doch so viel. Okay, hier ist nichts. Äh, ich verstehe jetzt gerade nur Bahnhof. Ich beiz gerade nicht. Okay, dann gehen wir mal in diesen Schacht hier. In dieses andere Loch. Weil das hier ist Quatsch. Okay, was ist hier? Okay. Lass mal hier aus dem Fenster gucken, ne? Wo wir hier überhaupt sind. Wo sind wir hier? Treppe. Und hier haben wir... Was macht das? Okay, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Ich wollte den eigentlich... Moment. Hier komme ich ja hoch. Ist ja Quatsch, oder? Also, ich bin hier oben. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob wir den draußen oder drinnen lassen müssen. Also, ich hab keine Ahnung. Ja. Klappe zu. Okay. Sind... Bleibt offen. Okay. Hier ist nichts. Gut. Hm. Hm. Okay. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich hab keinen Plan. Wo kann ich mit der Kiste hin hier? Das ist die Frage. Treppe hoch. Schwachsinnige Idee. Total bescheuert. Also echt, das ist eine kacke Idee gewesen gerade. Sorry, aber... Ähm, ja. Ja, Mensch, nochmal. Was macht man denn hier mit diesem Ding? So. Da oben drauf. War die auch? Ähm. Moment. Die muss da hinten rüber. Die muss da rüber. Und dann muss ich die erste zuerst zünden da an, kurbeln. Und die schieße ich hier hoch, oder was? Ich fass es nicht. So. Jetzt weiß ich auch, warum wir die Klappe zugemacht haben. Ha. So. Ja. Und meine Herren, ne? Okay. Hier ist es jetzt finito, ne? Ähm. Was passiert hier nochmal? Was passiert hier nochmal? Er. So. Bad! Ich muss eigentlich nur da hoch, also So, hier war nichts mehr, nein. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz drüber im Klaren. Ich gucke. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020